Hallo zusammen, ich bin jetzt hier auf der 8.00 in St. Clair und ihr seht da hinten, die Tribüne steht schon. Morgen um 16 Uhr ist der Charity-Shot von der Altenbrücke in Heidelberg und am nächsten Tag, am Dienstag, ist dann das Charity-Match hier in St. Clair und Roth. Ich hoffe, es kommen viele von euch raus, ihr habt eure Tickets schon gekauft, es ist alles für einen guten Zweck. Ich übe jetzt ein bisschen und schau mal, dass wir am Dienstag dann genug Geld für einen guten Zweck zusammen spielen können. Ich übe jetzt ein bisschen und schau mal.